Musik Vereinbarkeit, Zeitsouveränität, attraktive Arbeitsbedingungen und Produktivitätsgewinne, Weiterbildung, aber auch Schutzrechte, all das bedingt sich und all das hängt zusammen. Und all das können wir ebenso wenig gegen die Unternehmen wie gegen die Beschäftigten gestalten. Wir suchen nicht nach der goldenen Regel, die alle Probleme löst. Ich sehe es vielmehr als Prozess. Ich möchte, dass wir gemeinsam Spielregeln finden, die es möglich machen, in einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt immer wieder zu einem fairen Interessenausgleich zu kommen. Ganz neu vorgestellt, die Ergebnisse der Studie Wertewelten arbeiten 4.0. In über 1000 repräsentativen Tiefeninterviews wurden Erwerbspersonen in Deutschland über ihre Einstellung zur heutigen und künftigen Arbeitswelt befragt. Herausforderungen und Chancen werden dabei sehr unterschiedlich bewertet. Dann kommt man auf eine Gruppe, die sich eigentlich heute besonders wohl fühlt, weil sie sagen, es gibt riesige Herausforderungen. Wir haben Verantwortung, wir gucken nach Effizienz, wir wollen wirtschaftliches Vorbild sein. Wir haben eine Rechtssicherheit in diesem Land, wir haben einen Wohlstand dabei und eigentlich wollen wir engagiert Höchstleistungen erzielen dabei. Das ist das Bild, was sie letztendlich vor Augen haben dabei und haben, wenn man so will, so ein Negativbild auf der anderen Seite, wo sie sagen, da sind wir glücklicherweise gar nicht, dass man völlig schutzlos, schlecht ausgebildet ist, wo jeder machen kann, was er will. Also Machtbesbrauch und Willkür, unproduktiv, starre Systeme, traditionelle Rollen. Da haben wir uns daraus gelöst dabei und sehen die Entwicklungsgeschichte sehr positiv. Also Mut, sicherlich. Dann ein breites Interesse an der Welt. Also Neugierde ist da, glaube ich, ganz weit vorne. Und das heißt, wir sind ja sehr verspielt. Also wir testen gerne neue Sachen. Ich kann jetzt immer wir sagen, weil das ist tatsächlich so. Wir testen gerne neue Sachen, wir probieren gerne Sachen aus. Und es ist wichtig, dass wir da Erfahrungen sammeln. Und das wollen wir eigentlich auch alle. Und dieser Mut heißt dann eben auch, wenn ein Projekt reinkommt, dann probieren wir neue Sachen aus. Und das kann gut gehen. Das tut es in vielen Fällen. Das kann aber auch mal schwierig werden, eben weil man sich ein Neuland gewagt hat. Und da ist es uns zum Beispiel ganz wichtig, dass wir Fehler machen dürfen. Also wir erlauben natürlich allen Mitarbeitern, ein Wagnis einzugehen. Und das Wagnis dann kann auch mal schief gehen. Ja, also wir haben gemerkt, dass bei Projektarbeiten, dass es wirklich wichtig ist, dass die Leute manchmal zusammensitzen. Deswegen haben wir keine feste Homeoffice-Regelungen. Das ist immer ad hoc und auch eher sporadisch. Es gibt, und das ist vielleicht ein Nachteil von einem Open Workspace, so wie wir ihn haben, hier wenig Rückzugsorte, wenn man konzentriert arbeiten muss. Wir haben die Zellen am Rand. die man buchen kann. Und wir haben auch im Keller nochmal Räume. Aber wenn man länger konzentriert arbeiten möchte und das nicht so gut mit Kopfhörern kann zum Beispiel, dann gibt es diese Möglichkeit eben woanders zu arbeiten. Wir haben aber auch eine kleine Wohnung gemietet. Die ist in der Nähe vom Tempelhofer Feld. Und da kann man sich dann zum Beispiel auch hin zurückziehen. Auch mit einem ganzen Team, wenn man möchte. Wenn man ein bisschen intensivere Arbeitsatmosphäre haben möchte und hier nicht von Office, Hoover, Boot, drumherum, abgelenkt werden muss. Das heißt, es gibt sehr viele Firmen, die in Coworking Space arbeiten, die Elemente von Coworking Space bei sich nutzen oder halt mit Teams zum Beispiel in ein Coworking Space gehen und punktuell die Vorteile eines Coworking Space nutzen wollen. Der typische Coworker ist überhaupt der typische Mensch, der arbeitet. Das Grundelement ist eigentlich, dass Sie ein Laptop haben, also ein Gerät, das ich mit dem Internet verbinden kann, was tragbar ist, wodurch Sie auch mobil arbeiten können. Ansonsten ist es sämtlicher Durchschnitt unserer Gesellschaft und unserer Arbeitswelt. und da geht es umkichst aprender. Bis zum nächsten Mal sehen. Bir Jungs auf겠지만, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.